ja auf 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 was soll ich sagen? Hallo und herzlich willkommen zurück zu die 3 Noten von der Tagestelle äh... äh ich hab gesagt mit Mewtwo fix it off Peter der gerade redet, Alex der ziemlich keine Anwalt aussieht und Tobi der Peter versucht zuzuhören was aber nicht funktioniert weil Matze redet ich bin da für alle gegen Matze ja irgendwie schon ich hab gesagt trotzdem fixst du uns im YouTube Matze und deinen Arsch fick ich als erstes ja was du nur ordentlich triffst alle an ja trotzdem bist du nicht mehr hier heute so alle auf Matze alle auf Matze klar ich hab... ich hab... ich hab... ich hab... ja warum trifft mich dein scheiß Pfeil du hast mich... dich völlig verarschen ey ey besser nicht ach scheiße ach scheiße nein wirst du eigentlich verhindern? ob du den Scheuern bist hab ich... oh du Lotte nein ich wusste nicht nein den Fettsack hab ich gar nicht gesehen alter naja fuck der kann ja das du mit deinen dämlichen Schwanz da ne dein Arsch kommt auf meine Liste ne øh ne Nein, Alter! Ich dachte, ich kann auch springen, ey. Irgendwas Gefühl, das können wir weniger aushalten mittlerweile. Das ist ja eben auch schneller. Weil jetzt kann ich das Zeug wieder gescheit lenken, aber ich bin trotzdem zu schnell. Nein! Nein, lass mich in Ruhe! Nein, lass mich in Ruhe! Da fesse müssen wir so einen fetten Verschwitzenden hinten landen. Ist unfassbar, ey. Oh, wisst ihr doch, wie viel, was das so schön verschwitzt ist? Du hast deine Nutze! Fettige Finger Perl immer hatte. Boah, Alter! Erinnere mich bloß nicht an den, ey. Es klingt mich! Ohne Witz, das ist dumm. Lol, der klang gerade wie Godzilla. Kannst du mal aufhören damit? Nein, 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 nein! Da hat die Fresse geweckt. Buh, buh! Ah! Nein! Alter! Was fliegt da so ungefähr auf mich drauf? Zehn Tonnen oder so? Piss dich! Du bist die letzte Nutze! Nee, bist du! Danke, Matze! Ah, es trifft halt! Nein! Nein! Alter, du hässlicher Schwumo da hinten, ne? Wieso musst du dich echt immer leiden? Du, du, du schwarzes Vieh, du! Geh mal wieder zurück im Busch, wo du herkommst! Nein! Ja, dann geh mal Bier holen! Du bist schon wieder hässlich! Ah! Da haben wir nicht durchkommen können! Nein! Ist doch nicht hier! Du bist die letzte, ne? Du bist hier die letzte Trance von uns freuen! Hat er nicht gut aus! Aber gesagt, oh Gott! Du... Ja, was? Hallo! Musst du mich immer begrabbeln? Ich denke, da stehst du drauf! Nee, nicht von dir, du schwarz! Du doch auch! Nein, ich bin... Bin blau! Komm, komm! Leech mir nicht mal ein Leeching hier! Geleech... Geleechst hast du? Ja! Oh! Du Essen! Leecher wär echt mein Kill, ey! Woll ich leechen? Das ist voll uncool von dir! Ich leech doch nicht! Nein! Du leechst den Leecher, ne? Oh, das war's nicht! Ja, aber das war von mir auch schlecht! Ich krieg ihn in der Richtung, ich boxen muss! Da! Jawoll! Schön! Alter! Nein! Oh! Nein! Fuck! Das wollte ich gar nicht! Ich bin jetzt zu genau so gemacht! Ist das, die sind für Curly? Haben die gelitten? Oh! Nein, 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 nein! Fuck, Alter! Scheiße in Dreck! Ich spül doch definitiv in Team! hab ich aber auch das gefühl der hält echt miserabel aus ja ja auch youtube ja ist halt vielleicht los haben wir mehr attacken zum rettieren drücken erstes ist die beste ist er noch schlimmer als little mag heute ganz viel mit dem habe ich er beim gegen die spiel das war ja hier ist aber ich finde ich ein bisschen schwer für seine attacken ist auch gleich gesagt gehen wir auf matze wenn das nicht passiert 88 ich beschwöre den holocaust also in dem nächsten match hast du so viel überlebenschancen die leute am 11 september team match 4 3 gegen matze das hat er mal vom zocken gebracht hat ein duel gemacht und meinte ja da hat es genau so viel und hast du mich gut das ist lustig und dann so der war böse der war richtig böse so meine damen und herren wie gesagt versuch mal auf youtube ne alter so erst gar nicht hey juli bitte was dann fliegst du wieder vor matze raus ich gönn denen keinen sieg hier der hat er nicht verdient mit dem scheichhut erst recht nicht ey ich wollte heute auch toby machen was so alle auf matze die maske auf diese spiel trägt kann ich somit geht es nur ich habe die maske trägt sie bei dem spiel ich habe gefallt manchen der wichser hat geblockt Das ist der Homo, alter. Hallo? Okay, das ist echt gut. So, Alter! Fuck! Deinen Arsch hier. Fick deinen Arsch gleich. Kleiner Mann. Ha! Mehr in der Hose als du. Oh, ist dieser Schwomo hier. Schmo, yoho! What the fuck? Hallo, ich flieg gerade nur! Sau, kurz auf. Nein! Da will er mir wieder mein Kidditschen! Und der Tod ist auch die Sau! Und da der andere! So ein Scheißdreck! Schalalalalala! Schalalala! Hebel auf, das wird mich nicht treffen. Eslon! Darf es da sein, ey! Könnt doch nicht zulassen, dass sich die Bitch hier gewinnt, ey! Nein! Kannste knicken! Fuck! Cool, yo! Mojo! Piss dich, alter! Peter! Jawoll! Bäm! Alter! Die Alte ist richtig Haar! Die Alte ist richtig Haar! Die Alte ist richtig Haar! Aha! Oh shit! Hahaha! Ich hab ganz vergessen jeden voll schlechten Sprung! Fertig! W-Σ-Misch! H-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W Du bist die letzte! Du bist die letzte! Nein! Warte Scheiße! Nimmliche Schlampe, ey. Wohlwäschle. Scheiße, ich wusste es. Jihau! Ich mach es trotzdem. Dieser Kill Leecher! Nee, doch nicht. Ah! Nein! Doch, doch ein Kill Leecher. So ein Heslon! Oh, oh nein. Neeein! Neeein! Ja! Hauwann kill dich jetzt, du Leecher, du Leecher. Kann die Schlampe nicht mal einen Abgang machen, hier? Die gehen mal langsam voll auf den Sack, ey. Das glaube ich, einen hat. Oh shit, schnell! So, jetzt aber! Meine Güte! Oh Gott. Ah! Hilfe! Verdammt. Kann ich nochmal wieder landen? Oh, oh. Nein, tust du nicht! Nein, darfst du nicht! Oh, warte! Ah, nein, 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 nein! Oh, dumm! Oh, dumm! Oh, dumm! Oh, dumm! Matze darf nicht nochmal gewinnen! Ah! Was? Kann ich nochmal wieder landen? Hallo! Ja, hallo! Jawoll! Du bist die letzte Nutte, ne? Auf der ganzen weiten Welt! Nein! Nein, 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 nein! Du hast haltinhas abert judgment, ne? Das K IX Haus oder ein скорееел der Sack für Verkä 16? Es killde halt dass... Ah, nein, 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 nein! Mach mal Murray floating! Das kann Federn landen. theeht man wieder landen, tamam! Dürfenْ Dürfen Alter ey! Da hab ich genutzt, Alter, wie die letzte Nutte. Ah, so ein Dreck. Ein, ein, ein epischer Moment. Ich hab jeder gefickt die ganze Zeit. Ey, du bist doch auch ein Sch-Wichser, Alter. Sch-Wichser! Aber da werden manchmal wie es, hab ich auch zwei mitgefickt, ey. Ja, ich mach Fank, Alter, er macht seinen schwulen Konter und geht uns doppelt so viel auf die Fresse, ey. Ich glaub, mit der muss ich lernen, richtig zu spielen.